Wie süß sind die beiden denn? Vor wenigen Wochen enthüllten Peer Tillmann, 34, und Siko Banach, 31, dass sie ein Paar sind. Sie lernten sich am Set der Serie Köln 50667 kennen. Im März stieß der Ex-Bachelorette-Kandidat zu der Vorabendserie dazu und ist seitdem als Carlo Janssen in einer Hauptrolle zu sehen. Mit süßen Pärchenfutas hatten sich die beiden im Netz bisher zurückgehalten, doch jetzt postete Pia süße Aufnahmen von sich und ihrem Partner. Pia und Siko waren Gäste auf dem 50. Geburtstag von Lutz Schweigel in Berlin Am Sonntag nahmen sie den Zug zurück nach Köln, sichtlich angeschlagen von der durchsächten Partynacht. Doch während Pia in den Seilen hing, schien es Siko etwas besser zu gehen. Sagt er, weil er so ein Jungspund ist und angeben möchte, witzelte die Schauspielerin auf Instagram und teilte daraufhin Eindrücke von der Party. Sie zeigte Aufnahmen aus einer Fotobox von sich und Siko. Die waren nicht nur lustig, sondern auch ganz romantisch. Während der Rückfahrt nach Köln beantwortete der Hottie einige Fragen seiner Instagram verloren. Ein Fan fragte ihn nach seiner Zukunft und ob bei ihm das klassische Hausbauen und Kinderkriegen dazugehört. Wissen ist auch nicht ganz richtig, aber ich wünsche es mir und weiß, dass ich nicht mehr weit davon entfernt bin, beantwortete Siku. Ob er diese Wünsche etwa mit Pia in die Tat umsetzen wird? Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an. Tipps für Promiflash? D 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